Und dann Moinzen zu diesem VfB aktuell zum Transfer-Deadline-Day und eben ja zur Beantwortung unserer Stürmerfrage erstmal. Ne, Wahid Fagir, er ist da, lange in Gerüchteküche gewesen, jetzt ist er offiziell da, aber wir fangen zuerst an mit Omar Marmusch, der war nochmal einen Tag eher da. Er kommt für ein Jahr ausgeliehen vom VfB Wolfsburg, war auch lange in Gerüchteküche drin, 500.000 Euro Leihe, es gibt keine Kaufoption, er hat noch Vertrag bis 2023 in Wolfsburg und konnte zum Beispiel in seiner Leihphase letzte Saison beim FC St. Pauli auf sich aufmerksam machen, für den abstiegsbedrohten zweitigsten 21 Partien und davon 19 von Anfang an 107 Tore erzielt. Und auch damals hieß es schon, er soll nicht der einzige oder nicht der letzte Stuttgart-Transfer bleiben, nach Kicker-Informationen. Ein bisschen dazu ihm, Omar Marmusch kann im Offensivbereich flexibel eingesetzt werden und ist mit seinen Eigenschaften und Fähigkeiten eine wertvolle Verstärkung für unseren Kader. Omar Marmusch hat seine Qualitäten in der vergangenen Zweitligarsaison beim FC St. Pauli und auch in der laufenden Saison bei seinen Einsätzen für den VfB Wolfsburg unter Beweis gestellt. Wir konnten uns mit dem VfB Wolfsburg schnell und partnerschaftlich auf die entsprechenden Rahmenbedingungen verständigen und begrüßen. Omar herzlich beim VfB, sehr, sehr schön. Wir reagieren ja wie gesagt auf Kalajic-Ausfall und auch auf Sanko-Ausfall. Und Marmusch ist doof gesagt, ja, geht schon fast in Richtung von dem Gonzalez, also sehr flexibel. Vorne ist jetzt nicht dieser direkte Kalajic-Ersatz, er ist ja quasi wirklich Stürmer. Marmusch ist, so wie es jetzt hier klingt, flexibel einsetzbar, kann auch über die Flügel kommen und so weiter. Oder was eben auch der andere Kollege mit Sicherheit auch kann. Wahid Fagir, willkommen zu ihm. Ganz aktuell, jetzt hier quasi irgendwie ein paar Minütchen vor offiziell Transferschluss, das haben wir ja schon nach 18 Uhr. Also in Deutschland ist der Transfermarkt geschlossen, veröffentlicht kann natürlich immer noch werden, sondern die Papiere halt vor 18 Uhr und alles durch ist. Viereinhalb Millionen Euro legen wir scheinbar hin. Für ihn, wie gesagt, lange in Gerüchtkirche gewesen, auch schon früher in Gerüchtkirche gewesen, weil an dem waren wir schon länger dran, der dänische U21-Nationalmannschaftsspieler, der jetzt auch sogar das Trainingslager dafür kurz verlassen hat, für Medizincheck und so weiter. Man sieht jetzt auch die schönen Fotos, also der war auf jeden Fall sogar auch vor Ort. Ein bisschen, das sagt auch, wir beobachten Wahid schon über einen längeren Zeitraum. Sein bisheriger Weg ist sehr vielversprechend und wir sehen bei ihm noch viel Entwicklungspotenzial. Da können wir uns, glaube ich, sehr, sehr freuen über Jung. Er ist einer, der sich wieder einreiht in eine der extrem vielen Top-Talente, die wir jetzt unter Vertrag haben. Da waren auch nicht nur wir dran an den Kollegen, wie man es so hören kann. Also 18 Jahre alt, riesen Talent, 47 Spiele, 11 Tore, 4 Vorlagen für Welge BK bei seinem dänischen Klub, wo er eben herkommt. Auch Transfersummel ließ sich auch mal irgendwas, 5, 6 Millionen konnte man da lesen, wenn nicht sogar noch mehr, 7 Millionen, jetzt stehen wir hier bei 4,5 Millionen. Laut dem Kicker, natürlich beim VfB gibt es ja keine offizielle Angabe zu. Was es noch gibt, ist das Offizielle, was er sagt. Wahid Fagia, ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel zum VfB. Ich fühle mich bereit für diesen Schritt und habe mich deshalb für einen Wechsel in die Bundesliga zum VfB entschieden. Nach meiner Rückkehr von der U21-Nationalmannschaft möchte ich schnell meine neuen Teamkollegen kennenlernen, meine Vorfreude auf die VfB-Fans und insbesondere die Spiele in der Mercedes-Benz Arena ist sehr groß. Da freuen wir uns sehr drüber. Ich glaube, auf den Kollegen können wir Spaß haben, auf den können wir uns freuen. Ja, Problem ist halt hier auch der Druck, einfach normal rangehen. Der Kollege ist 18, deswegen muss ich ja auch die Taktik einen Marmus zu holen, der ein Ticken gefestigter ist noch. Also ein bisschen mehr Erfahrung auch schon in Deutschland gesammelt hat, in der Bundesliga und der 2. Liga. Und das quasi so ein bisschen abfangen kann. Man sollte jetzt bei ihm jetzt nicht direkt alles einschlagen, weil wie gesagt, er ist 18 Jahre alt. Der andere Marmus ist auch nicht wirklich viel älter. Deswegen von dem her ganz ruhig da rangehen an diese Transfers. Direktersatz für Kalajic wird so oder so schwierig. Ich glaube, wir haben ja auch einen perspektivischen Ersatz, so doof es klingt, für einen Sanko, weil der wirklich ein Jahr lang ausfällt. So, dass er wirklich auch ein Talent quasi, was auch diesen, wie soll man sagen, diesen Talentposten ersetzen kann, den der Sanko quasi hatte auf der Bank. Und dann werden wir sehen, was passiert. Jetzt haben wir ja erstmal eine Länderspielpause und danach werden wir die beiden Kollegen haben. Mal gucken, ob dann trotzdem erstmal auch Al-Ghadoui noch gesetzt wird oder ob wir direkt Fagir, Marmus und Co. Ja, in welcher Form auch immer. In der Startelf-Szene, auf der Bank-Szene und so weiter. Wenn es dann gegen Frankfurt geht nach der Länderspielpause am Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, wir können es alle freuen, wenn es wieder ein bisschen hat, hat einen rausgeholt. Auch wenn auf den Bildern komischerweise die ganze Zeit Hitzesberger drauf war. Vielleicht kommt da doch noch was aus dem Nichtsvermisschen. Normalerweise ist es eher auf den Fotos drauf mit den Spielern. Aber am Ende des Tages ist auch egal, wer drauf ist. Der Kollege ist da, auf den freuen sich viele. Ich bin jetzt nicht der große Insider der Welt, aber das man so lesen kann in Foren und so weiter, die sich vielleicht ein bisschen mehr damit beschäftigt haben als ich. Die sagen einem schon klar, dass wir eine absolute Granate geholt haben mit Wahid Fagir. Deswegen können wir uns sehr drauf freuen. Auf Marmusch natürlich auch. Beide hier Themen in diesem Video gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.